Wenn unsere Tochter mit dem Neuen reinkommt, ich bin hinter der Couch, ich habe die 45er geladen, wir sind auf jeden Fall vorbereitet. Schatz, Schatz, warte. Was ist los, wir gehen in Deckung, ich weiß nicht, wie der Tuch drauf ist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, okay, okay. Bei den Zielen oder so war der, das sind verdammt... Ich kann das nicht alleine durchziehen, Schatz. Wir schieben das gemeinsam durch, verhästig auf mich, aber gehen in Deckung, ja. Ich gehe in Deckung. Okay, wenn es an der Tür klopft, wir wissen Bescheid. Auf drei. Du gibst mir Feuerschutz, ich gebe dir Rechtsschutz. Okay, alles klar. Es wird schon nie so schlimm sein. Schatz, was ist los mit dir? Warum hast du die Rolle im Wohnzimmer? Schatz. Komm doch einfach rein, ist alles okay? Was ist passiert? Ja, wir dachten, es wäre jemand anders. Wir dachten, es ist ein Einbrecher. Nein, setzt euch. Ich stelle euch meinen neuen Freund vor. Ach du Scheiße, ich wusste doch, dass da irgendwas... James! James, ganz ruhig, James, ganz ruhig. Nein, Vater, nein! Nimm die Hände unter... Nicht! Ich habe vergessen zu rauchen. Ich liebe ihn. Wir sind zusammen und wir werden ein Baby bekommen. Aber ist nicht James derjenige, James, der neulich erst aus dem Gefängnis geflogen ist, weil James irgendwelche Banken überfallen hat? Ja, Banken überfallen hat. Cut! Kannst du dir nicht vorstellen, dass du einfach mal die Schnauze halten musst, wenn ich dir Anweisungen gebe. Ihr Kriptas! Vielleicht jetzt noch einmal für die jüngeren Zuschauer. Als Augsburger Puppenkistel. Hey! Hey! Und Bitte! Danke.